Hallöchen! Hier sind Jamie und Milena. Unser Jahr 2022 ist gefüllt mit viel Spaß. Ja? Und Nixer. Du musst Countdown machen. Drei, zwei, eins, los! Links, Link. Nein! Oh Gott! Ich schlag mich nicht! Ich wusste nicht, wenn ich die Taste nicht drücken soll. Komm doch mal zurück bitte kurz. Auf dieses Mittelstück. Ey, was warst du da? Du hast einfach Mail gefressen. Das finde ich geil, aber ich bin lieber auf der rechten Seite. Hier, was? Ich habe Geschenke für dich. Oh, ein paar Bomben, nice. Ich brauche ein Geschenk für dich. Ich treffe dich nicht mal richtig. Nein! 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 Das ist mein Geschenk! Spring! Oh, ich habe eine Waffe. Das ist aber mein Charakter. Ich stelle mich voll dagegen. Ich habe eine Errungenschaft. Reingeschaltet hier, schieb mich. Geil. Ich streike. Was soll die Gründe? Ah, dann kannst du das halt auffangen, da? Stimmt! Wenn wir das oben voll machen, dann kriegen wir ein Leben. Ich habe es! Ich habe es bekommen! Tollen Games. Yes! Puh! Geil gemacht! Noch was? Okay, lass, 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 lass. Was? Wo macht er? Während der 20 Metern Sicherheit steht? Weißt du? Oh! Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hehehehe! Ah, das ist ein Eisbiss. Ein Eisbiss. Oh! Also wenn man dann eist, dann wird man eingefroren. Das ist... Oh! Boah! Was? Was war das? Boah, wie geil! Nein! Es kommen zwei Räuber! Oh nein! Nein! Red Fort! Nein! Hahaha! Shit! Ich habe nicht gespeichert! Ja, drei Räuber, das ist jetzt die hohe Gefahr! Oh nein! Zwei Räuber mit Messer auch noch! Ja! Nein! Ich nehme einfach zwei Versammeln! Und dann hat er jetzt nur gesagt, ja, könne klappen! Haha! Okay, warte! Ja! Könne klappen! Ja, bei mir hat er nur Ja gesagt. Kannst du mal bitte richtig vernünftig den Stream begrüßen, Ismir? Oh, wo habe ich denn eine Uhr? Eigentlich könnte ich auch noch ein bisschen Fleisch gebrauchen. Da habe ich mich jetzt nämlich schon wieder ein bisschen länger nicht drum gekümmert. Wenn der gerade hier mal so in meiner Reichweite ist. Hey! Oh! Äh, der hat sich gar nicht angekündigt! Was ist denn hier kaputt? Nein, 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 nein! Bitte noch nicht jetzt kämpfen! Hallo! Ich... Nein! Doch! Alter! Was hat der denn für eine Waffe? Wahrscheinlich! Einfach fünfmal so groß! Ein ganz kleines, ähm, Messerchen! Ich muss mich mal vor dir verstecken! Äh, hallo? Ne, es sind noch mehr auf dem Weg, aber... Könnte auch knapp werden. Mal gucken, ich bin gespannt, da sind die. Der ist aber krass, der ist überkrass. Oha, der hat auch hier Special Moves und so. Da! Ich frag mich ja, wie der das so schnell geschafft hat. Ja, mittlerweile... Was? Nicht mal die Hälfte haben die dem abgezogen? Das ist ein krasser Dude! Es wäre sehr freundlich, wenn du gleich einmal die Anhänger von 2 nimmst und dann stelle ich schon mal den Grubber da drauf an. Aber während der da grubbert, können wir schon die Zeit laufen lassen wieder. Okay. Aber das mal schneller! So, äh, das Brandrisiko steigt. Bauen sie eine Feuerwache. Das auch noch. Äh, ich baue jetzt erstmal ein Wirtshaus. Aber ich brauch doch wahrscheinlich irgendwas dafür. Ein Kartoffelhof und ne Schnapsbrennerei. Dann kommt das Wirtshaus. So, eins nach dem anderen. Ja, meine Bilanz, äh, kann sich in der Zeit schon mal verabschieden. Da ist es den Leuten auch egal, ob sie nackig sind. Und netten Leuten, mit denen wir das geteilt haben. Leute, die wir dieses Jahr erst kennengelernt haben. Oh, oh. I have a problem. Du hast es aber auch wirklich mit diesen Viechern. Du findest die immer eh. Ich habe so lange gesucht gestern beim letzten Plan. Da habe ich dich erwähnt. Du hast die gesucht? Ja. Da habe ich gesagt, wenn ihr die finden wollt, die Lindwürmer, dann geht bei Milena gucken. Und da können sie nicht. Geil. Oh, das war aber knapp. Die sind einfach die Titanic. Oh, shit. Ich höre schon die ganze Zeit, das Boot knatscht und knatscht und knatscht. Gleich ist es vorbei. Es ist eh schon ein Wunder, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Was ist das? Riese? Nein. Das sind diese Hochlandhühner, die war für die Wochenquesta die neue erledigen müssen. Da ist auch ein Riese drin. Sehr schön. Also diesmal haben wir den Checkpoint gezogen mit der Höhle. Haben wir? Ich weiß nicht. Ey, warum haben die keinen Hühnerkristall? Oh, oh. Warte mal. Wo bist du? Bist du runtergefallen? Nein. Nein. What the heck? Du kannst dich ja wieder hierhin porten. Jetzt ruhig kommen wir wieder zum Ausgang. So, jetzt muss ich dir sagen, was ich sage. Ich bin eine Planke. Ich bin eine Planke. Ich glaube, ich bin ein Kissen. Du glaubst oder? Bist. Was bedeutet, du glaubst? Da rollt was. Kevin, glaubst du, dass hier ist ein guter Versteck? Ja, glaubst du meins ist ein gutes Versteck. Oh ja, nein, das ist ein richtig gutes Versteck. Oh ja, nein, das ist ein richtig gutes Versteck. Ohohohoho. Hm. Hä? Was? Kevin tut hier einfach noch rum? Hä, wo ist er? Was? Ich finde das sehr idyllisch. Diese Lache ist sehr idyllisch, ja. Ey. Aber auch mit denen, die schon seit dem Start unseres Kanals dabei sind. Wir schreien gleich einfach ganz laut. Das hörte man bestimmt bei ihm. Wir müssen jetzt schon schreien. Daddy, du musst gleich rein. Was ist los? Was ist los? Ich bin ja noch nicht dran. Ich bin ja nicht mehr der Pleitigste. Der Pleitigste? Sag mal, was ist das für ein Wort? Das hat das letzte Mal erfunden. Ja, ist am letzten Schwimmel entstanden. Das steht jetzt im Duden. Ja. Ich bin ja nicht mehr. 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 Ich bin ja nicht mehr der Parcours. Ja. 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 Ich fühle mich. Ich lobt's! Verspuck ich mich noch an meiner eigenen Schlucke hier! Warte mal, warte mal, verspuck ich mich? Verschluck ich mich? Das ist ungesund! Dieses Spiel gehört verboten! Ja, echt mal! Da kann ich mich nicht konzentrieren! Das ist ja Wahnsinn mit euch! Das ist ja eine Katastrophe! Das weisst du doch, Teddy! Ach Gott! Nein! Sorry, Leute! Vergiss es! Auf Wiedersehen! In letzter Zeit schaue ich das nicht mehr mehr! Es war schön mit euch! Ja, war echt schön! War schön, ich geh schon mal mein Tatsamens schreiben! Heiheihei! Aber das war geil! Da könnte ich jetzt noch eine Runde, Leute! Ja! Seid ihr dabei? Ja, ja los! Eine noch! Der Stuhl ist eh schon voll geschwitzt! Come on! Ja, echt mal! Come on! Oh nein! Jetzt, Laura! Jetzt, Laura! Ja! Oh nein! Mach es! Mach es! Nein! Geil, Monsti! Wahnsinn! Wir haben viele tolle Momente, auf die wir zurückschauen können und hoffen, es kommen noch viele neue dazu! Wir danken euch für eure tollen Kommis und für die tollen Streams, bei denen ihr dabei wart! Wir wünschen euch und euren Lieben einen guten Rutsch ins neue Jahr und möge es euch viel Glück bringen! Jetzt bleibt nur noch eins zu sagen! Ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit Ö! Bis zum nächsten Mal!